Hi Leute, heute habe ich endlich das versprochene Lippenstift Lookbook in der Drogerie Edition für euch. Das soll heißen, dass ich euch heute 20 verschiedene Lippenstifte getragen auf meinen Lippen zeigen werde. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe schon Angst, wie sich meine Lippen nach dem Video anfühlen werden. Wahrscheinlich werde ich sie gar nicht mehr fühlen, aber das mache ich natürlich gerne für euch. Lasst mir doch einen Daumen nach oben da, falls ihr auch ein Lippenstift Lookbook zu meinen MAC Lippenstiften gerne sehen möchtet, dann kann ich das gerne für euch tun. Und schreibt mir auf jeden Fall auch in die Kommentare, welcher Lippenstift euch persönlich am besten gefällt, welchen ihr vielleicht selber auch zu Hause habt oder welchen ihr euch jetzt nach diesem Lookbook gerne besorgen möchtet. Ja und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß bei 20 verschiedenen Drogerie Lippenstiften gezeigt auf meinen Lippen. Bis zum nächsten Mal. 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 Tschüss.